Battle Nummer 5 steht am heutigen Tag der Challenge an und ihr seht schon, es kommen schnelle Autos ins Spiel. Wie schnell, das müssen unsere beiden Kerle hier heute beweisen, denn es geht nicht etwa ums Fahren, sondern ums Schieben. Lambo-Wett-Schieben. Einer sitzt drin, der andere schiebt. Stefan, ich glaube, das letzte Battle hast du verloren, deswegen darfst du anfangen. Es geht 20 Meter die Linie runter und das Ganze auf Zeit. Drei, zwei, eins, Action! Stefan, komm! Stefan! Sehr gut, sehr gut! Und? Sehr gut! 21! Sehr gut, war gut! 21 Sekunden! Drei, zwei, eins, go! Wow! 20! Es war knapp, aber diese Challenge geht eindeutig an den Lambo-Fahrer. Eindeutig! Eine Sekunde! 0,7 Sekunden! Du, das macht viel aus! Gerade ist es! Sag mal, wie ist denn das, eine Tonne so wegzuschieben? Kannst du mal machen! Mit meinem kleinen Ärmchen? Du musst nur Beine haben, hast du ja! Beine? So geht die Oberschenkel? Ja! Kräftige Oberschenkel, kannst du schieben! Bei dir, Tim, Antritt sah ein bisschen mühselig aus und dann kamst du aber hinten raus ganz schön in Fahrt. Ja gut, ich habe ja gewusst, dass ich ihn schlagen werde. Klar! Da kann ich auch ein bisschen Zeit lassen, oder? Absolut! Du wolltest es spannend machen! Du wolltest nicht so ganz, ganz klar gewinnen! Genau! Sieger der heutigen Challenge! Hier haben wir ihn einmal, ne? Ganz klar! Der Lambo-Fahrer! Knapp war es, aber dann noch eindeutig! Ja! 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 Ja!